Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 29. April bis 1. Mai 2018. Ja, letzte Woche wurden ja ganz schön heiße Temperaturen erreicht, teilweise bis 30 Grad, örtlich auch mehr. Und so endet der Sommer erstmal, es wird wieder etwas frischer. Wir kommen zum 3-Tage-Trend, denn heute am Sonntag werden nochmal bis zu 28 Grad erreicht. Das sind wie gesagt die Höchstwerte, die ihr hier gerade seht, des Tages, die am höchsten Wert erreicht werden können. Es ist eine neue Grafik, die ich erstellt habe und ich hoffe, es schaut bisher erstmal so okay aus. Weiter im Geschäft. Vom Westen her, Südwesten, kommt ein Tiefdruckgebiet, was sich über dem Mittelmeer und Frankreich gebildet hat. Dies drückt nochmal warme Luft von Süden her nach Deutschland und auch nach Mitteleuropa natürlich. Dabei werden nochmal 26 bis 28 Grad erreicht im Süden und Südosten. Im Norden und Nordwesten werden dabei nur 12 bis 20 Grad erreicht. An den Küsten ist es dabei kälter, in den Übergangsgebieten wird es dementsprechend 20 bis 25 Grad warm. Am Sonntag können auch schon am Vormittag, der jetzt ja schon vergangen ist, Gewitter im Südwesten entstehen. Die ziehen allmählich von Frankreich über die Benelux-Staaten nach Deutschland und verteilt sich dann in der Mitte, im Osten und im Nordosten Deutschlands von Mittag zu Abend. Können teilweise auch stark ausfallen. Daher besteht eine Unwetterwarnung von Niederschlägen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter in der Stunde und Hagel. Dabei können auch Sturmböen auftreten. Diese beschließen sich von 50 bis 70 Stundenkilometer. Am Montag schaut es wieder etwas frischer aus. Es regnet teilweise und schauert teilweise im Südwestraum bis hoch an die Nord- und Ostsee. Örtlich kommt natürlich auch mal die Sonne raus. Teils ist sie aber meist vertreten. Dabei werden nochmal Temperaturen erreicht von 24 bis 19 Grad. Vom Westen her drückt langsam das Tief nach Deutschland rein und da werden nicht mehr so schöne Temperaturen erreicht. Deswegen im Südwesten und Westen nur noch 13 bis 20 Grad. An den Küsten und im untersten Bergland von den Alpen 11 Grad. Am Dienstag wird es nochmal etwas ungemütlicher. Es regnet größtenteils in Deutschland oder schaut. Dabei sind die maximalen Sonnenstunden nur noch 3 Stunden. Was auch noch gut ist. Aber dabei wird es ein bisschen frischer werden. Denn es ist ein Feiertag. Und am Feiertag, wenn es da regnet, ist es natürlich nicht so fein. Es werden 19 bis 12 Grad erreicht an den Küsten, 7 bis 10 Grad. Das steht aber noch nicht so fest. Durchschnittlich werden an den Küsten 10 Grad erreicht. Durch Windböen, durch den Sturm können da auch nochmal ein bisschen frischere Temperaturen entstehen. Dort hält sich auf jeden Fall die Wolkendecke am längsten. Im Westen hält sich die Wolkendecke auch. Und im Süden und Südosten wird es nochmal etwas sonnig werden. Das war das Wetterupdate vom 29. April bis 1. Mai. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, schönen Wochenstart. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Wenn es wieder heißt Wetterupdate mit den Sinti Gelsus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.